Ja, Herr Dr. Ebert, wenn Sie doch so kurz das machen, viel kürzer als andere, dann muss ich doch bestimmt sehr, sehr viel zu Hause nacharbeiten. Antwort wieder Nein. Was Sie brauchen, was Sie für sich kalkulieren sollten, ist pro Seminartag, nicht pro Tag Ihres Lebens, sondern pro Seminartag eine Nachbereitung von maximal drei Stunden. Dann sind Sie ein super fleißiger Student. Pro Seminartag drei Stunden. Das heißt, 22 Seminartage für den Betriebswert IHK ist 22 mal 3. Dann haben Sie Ihre Nachbereitungszeit. Und dann rechnen Sie noch 10 bis 20 Prozent auf dieses Budget drauf, um nochmal Prüfungen zu üben. Wir machen das teilweise schon im Seminar, aber darüber hinaus ist es sinnvoll, vielleicht die eine oder andere Prüfung noch durchzurechnen. Nicht 100 Prüfungen, aber vielleicht ein oder zwei noch zusätzlich zu üben. Rechnen Sie also auf dieses Budget nochmal 10 bis 20 Prozent drauf, dann wissen Sie, was Sie über einen Zeitraum von, sagen wir mal, einem halben Jahr an Nachbereitungszeit für zu Hause investieren müssen. Und wenn Sie deutlich mehr brauchen, deutlich mehr brauchen als das, was ich gerade mal so kalkuliert habe. Also 22 mal 3 sind 66 Stunden plus nochmal 10 Prozent drauf. Sind wir großzügig 20 Prozent drauf, sind wir bei 80, von mir aus 85 Stunden. Wenn Sie deutlich mehr brauchen als diese 85 Stunden, dann lernen Sie nicht effizient. Dann arbeiten Sie nicht effizient. So einfach ist das. Auch lernen kann man ineffizient oder effizient. Ich beschäftige mich seit 20 Jahren mit der Frage, wie man effizient lernt. Ich zeige es Ihnen im Seminar. Sie werden dafür über das Seminarhaus hinaus für Ihr Leben profitieren. Sie arbeiten nicht effizient, wenn Sie deutlich länger brauchen. Und lassen Sie nicht von anderen Leuten was anderes erzählen. Die Leute haben keine Ahnung von effizientem Lernen. Das steckt dahinter. Die Leute wissen nicht, wie es geht und sagen dann, du brauchst nochmal das Doppelte an Stunden noch einmal über die Lernzeit hinaus. Du lieber Himmel, wo wollen Sie die Zeit hernehmen? Ja, also das ist das Budget, das Sie brauchen für den Betriebswetter IHK. Sagen wir mal 80 Stunden, verteilt über ein halbes Jahr, so lange wie das Seminar geht, verteilt auf mehrere Blöcke und dann gehen Sie erfolgreich in die Prüfung. Und Tausende haben das vor Ihnen schon gemacht. Ich mache das, was ich hier mache, seit 16 Jahren. Sie sind herzlich eingeladen, es auch zu machen. Wenn Sie mehr wissen wollen, gehen Sie doch einfach zu spaßlerndenk.de. Und wenn Sie da schon sind oder da ankommen, dann tragen Sie sich bitte unten ein für das Berufsbild, das Sie interessiert. Und Sie erhalten weitere Informationen. Alles Gute, mein Name ist Marius Eber.